Deine Bilder und Videos sind unbezahlbar. Ich habe jetzt vor kurzem geheiratet und wir haben jetzt die Bilder und Videos bekommen von der Hochzeit und ich kann nur sagen, unbezahlbar. Das, was du bekommst an Erinnerungen, das kann man nicht in Geld aufwiegen. Und viele Fotografer und Filmemacher wissen gar nicht, wie gut oder wie wertvoll ihre Arbeit überhaupt ist und natürlich auch deine Kunden wissen gar nicht, was das für ein Wert ist. Also ich bin ja Coach für Fotografen, Filmemacher. Ich erzähle das jeden Tag, ich sage das immer allen Leuten. Aber jetzt hat das nochmal ganz anders, mit eigenem Körper zu spüren, was es ist mit diesen Hochzeitsfotos. Das ist einfach nicht zu beschreiben. Als wir diese Fotos bekommen haben und wir direkt hineinversetzt haben, wie das dort war und wie die Momente waren, was für Emotionen dabei rumkommen. Wir haben uns sogar schon mit der Familie getroffen, haben uns die Fotos gemeinsam nochmal angeschaut. Und jetzt kam zusätzlich nochmal das Video. Ich werde am Ende des Videos dir mal ein paar Einblicke dazu zeigen, wie das dann dementsprechend war und dann jetzt nochmal einen neuen Termin gemacht mit der Familie, wo wir uns das Hauszeitsvideo nochmal anschauen. Wir uns alle darüber natürlich freuen. Das ist unbeschreiblich. Das ist eine extrem wichtige Erkenntnis, die du haben musst und nicht nur haben musst, sondern auch kommunizieren musst. Weil die allermeisten Fotografen und Firmemacher machen nur, ja, ich biete das und das an, diese Preise, ne, nimm an oder nimm nicht an. Aber was da an Wert dahinter steckt und was wirklich passiert, dass wenn die Leute einen Hobbyfotografen nehmen, jemanden aus der Familie nehmen, nur um Geld zu sparen, weil die Hochzeit ist natürlich sehr preisaufwendig und natürlich, ich weiß das, ich habe ja gerade vor kurzem geheiratet und nicht klein. Das ist natürlich alles kostspielig, aber diese Fotos, da darf man nicht dran sparen. Das ist wirklich das, was am Ende nach den Änderungen auch übrig bleibt. Die Änderungen werden nach und nach verblassen. Ja, ich habe teilweise Fotos und Videos gesehen, wo ich mir gedacht habe, oh, das habe ich gar nicht mehr so in Änderung. Das habe ich schon komplett vergessen. Und natürlich auch Momente, wo du auch vielleicht gar nicht dabei warst, wo du Fotografer oder Firmemacher so ein paar Sachen aufgenommen hast, wo du auch nicht mit dabei warst, was du anschließend siehst, wo du sagst, hey, geil, dass ich das auch jetzt sehe. Das wusste ich ja gar nicht. Die Änderungen verblassen. Die Gäste sind zu Hause, Buffet ist kalt, alles abgeräumt. Das wird alles vergehen. Aber diese Fotos und Videos, das ist wirklich das, was für dich bleibt, womit du dich immer wieder erinnern kannst, dich wieder in diesem Moment holen kannst und auch weitergeben kannst an Leute, die nicht da waren, an deine Kinder, an deine Enkel und, und, und. Das ist, wie gesagt, unbezahlbar. Wir haben 7, 8, 9.000 irgendwie so im Drehbezahlt für Fotos und Videos und ich sage, es war jeder Cent wert. Es war tatsächlich sogar noch zu günstig. Ja, also für das, was wir bekommen haben und man weiß ja selber als Fotografer oder Filmemacher, dann packt man noch das dazu, noch die Fotos, die Korrekturschleife, es kommt ja immer noch irgendwas dazu und das, was wir bezahlt haben, jeder Cent wert. Nicht wundern an alle meine Kunden, ich habe natürlich jemanden genommen, der nicht bei mir in meiner Zusammenarbeit ist, um natürlich auch einfach, ja, untereinander nicht so, ja, warum hat der denn genommen, ist der besser als ich oder sonstiges, sondern einfach jemand Frisches, jemanden, der nicht in der Zusammenarbeit ist, um natürlich dann da niemanden zu benachteiligen. Und alle, die sich diese Fotos und Videos anschließend angesehen haben, waren hellauf begeistert, ja. Und nicht nur dann so heuchlerisch, ja, sieht toll aus und ja, mega oder sowas, sondern ich war ja auch bei meinen Freunden live dabei, mit denen ich habe, mit den Familien live dabei. Man sieht das ja in den Augen, man sieht das ja auch im Gesicht, freuen die sich wirklich, finden die das richtig klasse. Und natürlich, wenn da Leute auch sich die Fotos und Videos ansehen und wieder anfangen zu weinen, dann, das kann man natürlich sehr schwer spielen, ne. Natürlich gibt es ja ein paar gute Schauspieler da draußen, aber von unseren Leuten ist das natürlich keiner. Und auch Freunde, die schon geheiratet haben zuvor, vor uns, wo wir schon selber auf der Hochzeit waren und haben jetzt unsere Fotos und Videos gesehen, haben gesagt, mega, schade, dass ich das nicht gemacht habe. Schade, dass ich nicht einen professionellen Fotografen gebucht habe. Schade, dass ich kein Hochzeitsvideo gemacht habe und, und, und. Weil das sind wirklich Erinnerungen, die bleiben und die einfach unbezahlbar sind. Ja, einige sagen sogar anschließend, ich hätte sogar 10.000 Euro oder mehr bezahlt für so ein Haushaltsvideo, weil das, das festzuhalten, das, das kriegst du nie wieder. Das war dieser eine Moment, das hättest du nur hier jetzt einmal aufnehmen können. Ansonsten ist es vorbei. Also die wichtigste Erkenntnis für dich sollte sein, was ist erstmal dein Wert? Und wenn du selber weißt, was dein Wert ist und sagst, ja, du weißt dich ja, dass die Bilder wertvoll sind, die Leute checken es einfach noch nicht. Dann ist es auch deine Aufgabe, diese Kommunikation weiterzutragen. Das einer Interessenten an deinen Kunden weiterzutragen. Zu sagen, hey, so und so sieht es aus, das ist wichtig. Deswegen am nächsten Tag ist das Buffet kalt, die Gäste sind weg, aber die Fotos und Videos ist das, was bleiben. Was passiert, was du schon in Erfahrung gemacht hast, hat man mit Sicherheit schon mal jemand mit dir im Gespräch und hat dann gesagt, ja, ich habe mich für einen anderen Fotograf entschieden, das macht jetzt der Hobbyfotograf oder das macht jemand aus der Familie, dass du dann nicht einfach sagst, ja, okay, dann ciao, sondern nochmal kurz erklärst, nochmal sagst, was wirklich passiert anschließend. Weil was wirklich anschließend passiert ist, dass der Hobbyfotograf nicht die richtige Qualität hat, dass er wichtige Momente verpasst und dass natürlich das Brautpaar nicht das Komplettpaket hat, was es eigentlich bei dir bekommen würde. Und anschließend wird das Brautpaar deswegen enttäuscht sein. Weil diese Momente kriegst du nicht wieder. Und bloß, weil du dann irgendwie 200, 300, 500 oder sei es auch 1000 Euro gespart hast, dass am Ende endest du dich nicht mehr, ob es 500 Euro mehr oder weniger war. Ja, am Ende sind nur diese Bilder und Videos entscheidend. Da natürlich einen herzlichen Dank an unseren Fotografen Philipp Romanowski. Vielen, vielen Dank. Das hast du wirklich sehr, sehr gut gemacht, den Drop. Ich werde jetzt zum Anschluss des Videos natürlich noch ein paar Einblicke vom Highlight-Clip zeigen. Damit das Video natürlich nicht zu lang ist, verlinke ich nochmal in der Beschreibung und hier oben einmal den kompletten Highlight-Clip. Den kannst du dir natürlich dann nochmal in den Vorlängen ansehen. Ich wünsche dir viel Spaß dabei und bis dann. Hey, mein Schatz. Ich bin's. Ich kann's gar nicht glauben, aber hier ist er.